Hey, was geht? Ich bin Cody und wir sind bei der zweiten Folge von Minecraft Let's Fets. Letzte Folge sind wir stehen geblieben hier in der Höhle, was abzubauen. Haben uns am Ende noch diese Kiste hier gemacht. Ich bin diese Folge wahrscheinlich auch wieder komplett alleine. Ist aber nicht so schlimm, denn wir bauen noch ein bisschen ab und gucken mal, was wir so an Rohstoffen finden können. Oh, guck mal, ein Knochensteinchen. Oh ja, ja, Knochensteine. Ja, ich stehe auf Knochis. So, wunderbar. Okay. Die erste Rüstung, die ich mir übrigens bauen möchte, ist die, ich hoffe, die gibt es hier. Normalerweise gibt es die in Hexit. Ich habe ja Hexit auch schon des Öfteren mal gespielt, so privat. Also ich bin nicht ganz neu in dieser Mordsammlung sozusagen. Also ein bisschen Vorkenntnisse habe ich dann doch. Ich mache mir mal oben eben kurz in den Ofen. Ist hier auch geil, wenn man hier irgendwie mal Stufen hinbaut, ne? Ich glaube, ich hole mir diesen scheiß Dings Tisch einfach mal hier rein, ey. Das macht doch keinen Sinn, wenn ich die ganze Zeit immer wieder hier rausrennen muss. Oder halb rausrennen muss. Ist doch Quatsch. Kann ich den Magnet eigentlich anmachen? Nein, kann ich nicht. Okay. Okay. Ich komme gar nichts. Bin ein absoluter Noob. Tschüss. So, jetzt einfach mal komplett alleine. Yippie, yo. Ich schlage vor, wir machen den Crafting Table einfach mal hier in die Wand rein. Und du Baxter, bitte bin ich nicht so viel rum. Machen wir uns mal in den Ofen. Wir wollen ja richtig produktiv sein hier, ne? Deswegen. Den Ofen machen wir mal hier rein. Vielleicht machen wir uns noch einen zweiten. Ich weiß es noch nicht. Deswegen mache ich noch mal zwei Plätze. So. Okay. Ähm. Wo ist denn Iron das hier brauchen wir? Oder will ich zumindest haben? Okay, ich mache mir mal einen zweiten Ofen. Ich meine Steine, was soll ich mit Stein? Nein. Ich könnte mir daraus ein Haus bauen. Super. Brauche ich jetzt nicht. Das mal da rein. Super. Ich kümmere mich also jetzt erstmal ein bisschen um mein eigenes Häuschen und so. Und dann werden wir uns irgendwann an die Aufgabe des... Obwohl, die Aufgabe soll ja eigentlich die Bewohner machen und nicht ich, ne? Aber ich werde wahrscheinlich dabei helfen. So bin ich ja nicht, ne? Also ich lasse die da schon nicht alleine machen. Ich soll zwar die Aufgabe weitergeben. Aber ich werde da natürlich mitwirken. Ich bin ja nicht so eine faulose Socke und lasse sie das alles alleine machen. So ist es ja nicht. So, wenn wir gleich ein bisschen Eisen haben, dann können wir auch Redstone abbauen. Oh ja, voll geil, ey. Und natürlich, natürlich ist das Projekt angelehnt an Minecraft Hero. Ähm. Muss man gar nicht in Frage stellen. Es ist so. Und es wird auch so bleiben. Ist klar. Nur, es ist halt ein cooles Spielprinzip und wir wollten das auch einfach mal machen. Ich hab das so gelesen im Let's Play Forum, hab mir gedacht, warum machst du nicht mit? Ich verfolge das Display Hero Dingsbums da von den anderen auch und ich find's cool. Es macht Spaß. Ist zwar ein bisschen abgewandelt hier, aber ist ja natürlich trotzdem cool, ne? So. Das ist auch fertig. Da ist noch nichts drin, aber da können wir schon mal hier jetzt ein bisschen Quatsch reinpacken, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Guck mal, da können wir uns auch schon das Fleisch hier machen. Weil wir wahrscheinlich sowieso wieder essen brauchen werden, das ist ja eigentlich auch klar. Das brauche ich jetzt auch gar nicht. Gravel brauche ich auch nicht. So viel Stein brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Das lassen wir auch mal da drin. Äh. Okay. Dann würde ich sagen, croften wir uns jetzt eine... Ach verdammt. Muss ich mir wieder neue Sticks machen. Äh ja. Wollte ich verraschen. Machen wir uns auch gleich mal ein paar mehr Sticks. So. Zwölf Stück sollten reichen. Ähm. Eiser, wo bist du da? Wunderbar. Wir könnten uns doch erstmal eine Eisenrüstung machen, so dass wir überhaupt erstmal ein bisschen geschützt sind. Mal gucken wir gleich mal. Vielleicht finde ich ja jetzt noch ein bisschen Eisen. Das wird natürlich super passen. Und einen Verzauberungstisch, etc. Wollten wir uns auch alles machen. Genau. Ich habe ja die Dings angesprochen. Die Rüstung, die ich mir machen will. Habe ich euch noch gar nicht erzählt, was ich machen will. Ich gucke mal eben hier durch. Hier ist sie. Da. Die hier will ich mir machen. Das ist die Thieves. Dafür braucht man auch rote Wolle. Graue Wolle, glaube ich. Und äh. Hexical Diamond und Leder. Genau. Mehr braucht man dafür nicht. Ja. Überall fallen Sternschnuppen. Coole Sache. Habe aber keinen Bock jetzt rauszugehen. Soweit ich weiß, kann man damit sowieso nur einen Sternstein machen. Wenn ihr wisst, was man damit noch großartig machen kann, sagtet mir bitte. Soweit ich weiß, ist es halt nicht so wichtig. Es ist zwar auch, so selten ist es auch nicht, ne? Viele haben immer gesagt, es ist selten. Aber eigentlich ist es gar nicht so selten. Es kommen jede Nacht welche runter. Naja. Aber wenn man mit vielen Leuten spielt, dann ist es natürlich klar, dass man dann nicht mehr so viele davon abbekommt. So, ich mach mal eben das blöde Wasser weg. Ich hasse das, ey. Mit diesem Eis und dann Wasser. Dreckskack hier. Mann, oh Mann. Aber irgendwas ist hier, glaube ich, drunter. Das brauche ich auch nicht. So, machen wir da wieder die Stufe hin. Ach, ey, dieses Wasser, ne? Komm, Wasser, Wasser. Ich kann doch mit der Hand draufhauen. Ach, alle schon wieder offline. Toll. Lass mich doch alle alleine. So, so. Abbauen. Ja, vielleicht mit der Spitzhacke. Das wäre dann für euch besser. Oh mein Gott, wir haben schon voll viel Zeug. Ich gucke mal eben. Wir sind auf, ja, 25 FPS ist jetzt halt, weil ich 25 FPS in Fraps eingestellt habe. Also wundert euch nicht. Was wollte ich gucken? Die Höhe, genau. Wir sind jetzt bei, lasst mich lügen, 50. 50. Ich will runter auf 13. Bin ich einfach gewohnt von dem normalen Minecraft. Dass da die meisten Diamanten und sowas sind. Wenn wir Diamanten finden sollten, dann könnten wir uns auch, äh, einen Diamanten-Rüstung machen. Aber erstmal gehen wir das Ganze langsam an und gucken überhaupt, was uns, was überhaupt möglich ist, ja. Da, halla. Du kommst noch weg, du kommst noch weg, du kommst auch weg. Ah, ey, ich kriege das kotzen, ey. Kann man das nicht irgendwie abbauen, ohne dass das sofort, äh, Wasser produziert, so? Ist doch echt zum kotzen. Da waren gerade zum Beispiel zwei Stück bei, die kein Wasser gemacht haben. Mann, Mann, Mann. So, bauen wir uns hier noch ein bisschen Kohle ab. Ich glaube, da drüben rechts ist eine kleine Höhle. Zumindest schaut es da noch aus. Und ich hoffe, ich werde jetzt während der Aufnahme nicht gestört von irgendjemandem. Ich könnte hier mal in meinen TS-Server eigentlich online gehen. Aber warum? Denn Jointer, ja, okay, da spreche ich dann vorher lieber ab. Also ist das egal, so. Ähm, also. So, ich glaube, dahinter. Geh mal weg. Geh mal weg, da. Blablabla. Da hinter ist eine Höhle, ne? Ja, auf jeden Fall viele Spinnweben. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. So. Mensch, überall Wasser. Ja. Wir sind aber schon recht weit oben, ja? Und irgendwie wird die Deckenhöhe immer höher. Also irgendwie baue ich gerade ein bisschen komisch. Warum geht das? Ach, wegen der Fackel, ne? Kann das sein? Das ist deswegen der Fackel immer wieder flüssig wird. Dann machen wir das doch gerade dahin. So. Boah, bin ich froh, wenn wir diese Anfangsphase hier erstmal hinter uns haben. Und dann... Danke für die Fackel. Dann ein bisschen... was wunderbares croffen können und dann auch Tower machen können, ja? Es gibt ja hier Dungeons. Da freue ich mich richtig drauf. Weil wenn ich die Thief-Rüstung habe, dann einen Zaubertisch und das verzaubert habe und so, dann können wir richtig da durchraschen. Ach, Mann, ist das toll. Aber soweit müssen wir erstmal kommen, ja? Jeder Anfang ist schwer. Jeder Anfang ist schwer. Du, 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 du. Weiter los. Ach, ist das eine mühsame Arbeit hier. Das könnte ich eigentlich auch in einem Livestream machen, aber... Was soll ich denn sonst am Anfang machen? Ich muss ja irgendwie, ne? Irgendwie muss man ja was machen. Tut mir echt leid. Den nächsten Parts geht es auf jeden Fall dann, äh... mit mehr Action weiter, denke ich. Wenn ich diese Phase hier hinter mir habe. Und die Drachenkralle ist wieder online. Oh, wie schön. Wir sollten mal einführen, dass wir uns alle begrüßen. Hi. So, wir wollen ja nicht sein, ne? Ja. So. Ähm, ein Moment. Ähm, wird bitte bitte. Ja, 10 Minuten. 10 Minuten. Ein Moment, kurz. Ja. War. Dann... Es ist immer so eine Sache, ne? Wenn man am Let's Play ist und dann am Handy immer Nachrichten bekommt mit Bitten oder sonst was. Muss ich dann leider einmal ablehnen. Weil geht der gar nicht, ne? Hier habe ich keinen Bock weiter runterzubauen. Wenn ihr echt so viel Eis ist, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Dann gehen wir doch mal ein bisschen nach links. Oder vielleicht am besten... Ne, besser nach rechts, ne? Ich habe keinen Bock, dann irgendwie unter den anderen Stadtteilen hier rauszukommen. Deswegen... Machen wir mal hier einen Gang nach rechts. In der Hoffnung, dass dann irgendwann kein Eis mehr kommt. Ach, du heilige Scheiße. Oh, Eis. Vielleicht kommen wir auch gleich in den Gang da rein. Wer weiß es? Wer weiß es? Ich hoffe einfach mal, dass gleich von oben keine Lava runterkommt. Weil sowas ist echt immer fatal. Dann machen wir hier ein bisschen mehr Platz. Hallo. Wunderschön. Ich würde auch sehr gerne Wolle haben. Wolle, Wolle kann ich auch gebrauchen. Oh, ich habe irgendwie gerade Schiss. Ich habe da irgendwie keinen Bock reinzugehen gerade. Denn... Ich habe noch kein richtiges Schwert. Ich habe keinerlei Rüstung. Haben wir denn ein bisschen Eisen wieder? Ja, nur zwei. Was machen wir denn? Wir können uns ja... Auf jeden Fall können wir das schon mal verbrennen. Das Gold auch. Da brauche ich wahrscheinlich noch ein Kohle-Stick drin. Dann können wir uns ja schon mal einen Helm machen. Nein, nein, können wir auch nicht hin. Verdammt. Ich kriege gar nichts in. Oh, scheiße. Das Marble kann man nichts machen, richtig? Äh. Verdammt. Ich höre schon wieder doofes Skeletten. Skeletis. Skeletis, was macht ihr denn? Wollt ihr mir unbedingt Angst machen? Jetzt können wir uns aber einen Helm machen. So, immerhin schon mal einen Iron Helm. Besser als nichts, ne? Sieht aber ziemlich hässlich aus in diesem Tick-Chapic. Naja. Wen soll stören mich nicht? Hm. Kann man sich sonst noch irgendeine billige Rüstung machen, irgendwie? Können wir mal eben hier durchgucken. Aus Gold sich was zu machen, lohnt, glaube ich, gar nicht. Äh. Ach, genau, ich weiß, was wir uns machen können. Können wir schon mal ein stärkeres Schwert machen. Ich weiß nicht, ob das mit Stein geht, aber wenn, dann wäre es cool. Ja, geht. Ha, geil. Das Schwert kann dann irgendjemand haben, wenn das haben möchte hier. Diese Holzsachen bräuchte ich nicht. Ähm. Die Erze können wir auch ruhig hier mal hier lassen, dann. Hm. 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 Das war die Sachen auch mal hier. Ja, obwohl ein paar Kohle können wir auch mitnehmen. Und die Sticks auch, das brauchen wir nicht. Hat auch eher, da können wir mitnehmen, falls wir uns mal irgendwo hochbauen. Pfeile, falls wir einen Bogen finden, okay. Mal immer so ein bisschen nachdenken, bevor man losgeht. Was man denn alles gebrauchen kann. Äh. Dann können wir vielleicht doch da unten schon mal reinschauen. Ich erst mal eben kurz was. Ich esse mal eben kurz was. Ich weiß gar nicht, ob ich laut genug ins Mikrofon reinrede. Ich hab da immer so ein paar Bedenken. So. Hallo, Thiamond. Ihr könnt jetzt auch mal hier rüberlegen. Oha, fuck. Die ist auch schon fast kaputt. Nicht gut. Aber was will man machen, ne? Hallo? Das ist Thiamond. Hallo? Akuma hat sich das schon gelohnt. Ich weiß nicht, warum ich das mit der Spitzacapa. Ich hab Angst. Okay, da ist ein Skelettkopf. Das sollte uns aber nicht weiter jucken. Akuma, kriegen wir noch ein bisschen Iron. Bitte kein Creeper von hinten oder so. Bitte, bitte. Kein Creeper. Okay. Geil. Hat sich doch gelohnt, hier reinzugehen, oder? Also ich würde sagen, das hat sich jetzt schon gelohnt. Anspannung pur. Man darf aber auch nicht zu ängstlich sein. Denn sonst kriegt man ja gar nichts gebacken, ne? So, ich mach mal kurz das Mikrofon ein Stückchen nach vorne, so dass ich mich auch mal ein bisschen anders hinsetzen kann. Ja, wunderschön. So, guck mal hier. Gib mir mal die Kohle. Den nehmen wir auch mal mit, hier. Gib mir deinen Kopf, äh. Boah, noch mehr. Geil. Ich hoffe, da drunter war jetzt kein Loch. Ne, war nicht gut. Ah, geh hier raus, los. So. Dem, dem. Richtig spannend. Du, spinnen wir eben ständig hier. Hier ist Wasser. Machen wir mal zu, ne? Damit uns hier niemand stört. Ist da, wer? Hä? Was? Was war das denn jetzt? Serverleck oder was? Warum bin ich jetzt wieder zurückgeflogen? So ein Blödsinn. So, den machen wir kaputt, weil der tut's. Aua. Der macht dann aber wirrwisch. Oh ja. Oh ja, geil. Wow. Ey, was ist das? So ist das hier mit dem Serverlecks? Das soll aus. Ich hab so eine gute Verbindung. So ein Scheiß. Ja, okay, das selber spinnt grad echt ein bisschen rum. Vier Minuten haben wir noch ungefähr, oder drei Minuten. Soll ich hier mal doppelt draufkloppen, ey. Was ist denn los? Würdest du das bitte einsammeln? Hallo? Hallo? Alter, nein, ey. Was ist das für ein Lag, ey? Das geht doch... Aua. Leute, ich geh mal kurz runter und wieder drauf. Wer ist es dann besser? Ich weiß es aber nicht. Oh, ich... Sowas hasse ich ja, ne? Sowas hasse ich ja. Okay. Und Server wurde es anscheinend noch gar nicht abgebaut. Geht jetzt? Ja, anscheinend geht es jetzt. Ah, Mann, Mann, Mann. Leckt zwar auch noch ein ganz klein bisschen, aber schon mal besser, ja? So, jetzt muss ich... Eben, wie wir nach oben kommen. Ey, wie... So ist denn hier so viel Wasser? Ich hab das doch da oben ausgemacht. Ach, da ist auch noch aufgegangen. Super. Mal zu den Scheiß. Sowas will auch keiner, sowas. Niemand. Ey, warum schmilzt denn das ganze Zeug? So ein Kack. Also hier war gerade über noch kein Wasser. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Jetzt könnten wir noch mal kurz in die andere Richtung gehen, aber wir hätten auch die Möglichkeit, einfach zurück zu unserem... zu unserer Truhe zu gehen. Guck, die ganzen Fackeln bauen sich einfach ab. Ja, auch wunderschön. Dass es dann einfach hier mal wieder dunkel wird. Und einfach mal... Zombies und so spawnen können. Ach, weil ich die Fackeln in der Nähe von Eis gesetzt hab, ne? Unter Eis. Ja, ich bin auch ein Idiot. Was ist denn jetzt los? Mann. Mitten in der Aufnahme muss das doch nicht sein. Sorry, Leute, aber... Das kotzt mich auch gerade irgendwie ein bisschen an. Das muss ich doch glatt mal dem Admin melden. Das ist ja was. Oh! Warum habe ich das denn gerade übersehen? Wo ist er hin? Oh, ich dachte schon. Ey, ich meine die Legs. Kann das selber sich jetzt mal bitte beruhigen? Och Mann! Wie ich jetzt immer wieder vergesse, keine Fackeln unter Eis zu setzen. Ey! Dämmerlich hier. Dämmerlich. Ich will es wahrscheinlich das daneben. Aber wenn wir jetzt... Ja, ist schon geschmolzen. Super. Habe ich das Gold? Ach, ich gehe einfach zurück. Ja, toll. Ähm... Ja, das werde ich auf jeden Fall noch sagen, dass der Server ganz schön laggt. Ähm, und woher sind wir gekommen? Hier nicht. Hä, hier waren wir noch nicht. What the fuck? Ich muss mich jetzt... Ich muss jetzt gleich aufhören. Warum finde ich hier immer mehr? Alter. Geht's? Ja, dann logge ich mich halt hier in der Höhle aus. Auch nicht so schlimm. Bis zum nächsten Mal. So, das war's für diesen Part. Es freut mich echt, dass du bis hierhin geschaut hast. Und, ähm, wenn dir der Part gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch und wenn nicht, dann einen Daumen runter. Und es würde mich freuen, wenn du das natürlich mit deinen Freunden irgendwie schaffst zu teilen. Falls du noch mehr sehen möchtest, kannst du gerne auf meinem Kanal stöbern. oder guck dir einfach den vorherigen oder nächsten Part an. Bis dann, euer Cody. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017